. Da kommen wir. Warte. . . . . Bis zum nächsten Mal. Heute machen wir einen kleinen Tagesausflug in der Innerschweiz, ganz in der Nähe der Rütliwiese, der Wiege der Schweiz, wo sich Werner Stauffacher von der Schweiz, Walter Fürst von Uri und Arnold von Melchthal vom Unterwalden, damals, 1291, am 1. August, Lagerfeuer gemacht haben, vielleicht Würste gebraten, keine Ahnung, und den Schwur geleistet haben. Genau, da in der Nähe sind wir unterwegs, also wir sind ein bisschen oberhalb, sind von Treib nach oben gelaufen und gehen jetzt oberhalb des Rütlis, den Selisberg, machen da eine Rundwanderung und werden dann irgendwo wieder zurück nach Brunnen, wo wir gestartet sind. Genau, wenn ihr Lust habt, begleitet uns ein Stück und sonst abknipsen! Musik 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 Was machst du hier? So, du weißt, jetzt bist du schon wieder auf, schau! Wir sind hier auf dem Förstertrail unterwegs, das heisst das Dingens, das ist ein Rundweg, den wir machen hier. Wir sind ja von Treib hochgelaufen nach Selisberg und jetzt hier machen wir diesen Rundweg. Keine Ahnung, drei oder vier Stunden dauert das. Es ist ein wirklich richtig schöner Weg, toller Walde und wie abwechslungsreich mit diesen Kalksteinen überall. Ist wirklich richtig schön, idyllisch, wie man so schön sagt, gell? Ja, da gehen wir jetzt weiter bis zum See, dem kleinen See bei Selisberg. Und da wird es dann hoffentlich oder vielleicht Kaffee und Kuchen oder so geben, nochmal schauen. Musik 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 Den Trail haben wir erfolgreich beendet. Am Seelisbergsee waren wir nicht, wo wir eigentlich beim Camping Kaffee und Kuchen uns genehmigen wollten, weil da dürfen keine Hunde rein, also gar nicht rein, auch nicht ins Restaurant, überhaupt nicht auf dem Platz. Ja, das ist ein bisschen schäbig, aber kann ja jeder machen, wie er möchte und wir sind dann nicht da hingegangen. Wir sind jetzt weiter bis zurück nach Seelisberg und jetzt auf dem Weg runter zum Rütli. Schaut euch das mal an. Schön, gell? Genau, jetzt geht es runter zum Rütli. Da gibt es dann Kaffee. Musik 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 So, hier hinter mir seht ihr die ominöse berüchtigte Rütli-Wiese. Hier oben das Rütli-Haus. Musik Und da hinten am Ende vom Weg, den Schwur- oder der Eidplatz, da wo sie grilliert haben die drei. Ja, genau. Wir sind jetzt da beim Rütli angekommen und gehen jetzt runter auf der Salübergsee. das Schiff, einfach nicht auf dieses, und es geht in die andere Richtung, Richtung Brunnen, war schön, dass ihr dabei wart, einen Daumen nach oben und ein Abo, habe ich eine scheiß Freude, Kommentare werde ich selbstverständlich beantworten und eure Fragen, die ihr zur Wege der Eingennossenschaft habt. Ja, jetzt geht's noch aufs Schiff und dann zurück nach Hause. Macht's gut und bleibt gesund. ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017